Bei uns kommen 300 Artikel aus der Region unter den Hammer. Bei den OV-Auktionswochen warten Markenprodukte, Gutscheine oder auch Dienstleistungen auf euch. E-Bike, Kosmetikbehandlung oder Grillparty für acht Personen, wartet nicht zu lange und gebt ein Gebot ab auf www.ov-auktion.de. Startpreis ist immer der halbe Ladenpreis. Am Sonntag um 21 Uhr endet die Auktion.